Oh, oh, er kommt. Wo? Da. Scheiße. Da ist auch ein Snipergewehr hier. Ja, ich glaube, das bringt nicht viel gegen den. Ja, da kannst du aber genaue setzen, ne? Boah, Junge, was ist das denn für ein ekelhaftes Tier? Was soll ich jetzt auf den schießen, Ne, oder? Das ist ein Wurm. Oh, oh. Schieß den, Jungs. Alter, jetzt habe ich hier eine Karwumse. Der kommt. Lass ihn kommen, ey. Oh, ach. Wie lange braucht das Ding zum Schießen? Oh, ich habe noch vier Schuss. Ja, ich habe noch ein paar. Da kommt er wieder, da kommt er wieder. Ist hier eigentlich irgendwo eine Datenstation? Oh, oh. Oh, wir haben ihn abgewehrt. Er hat den letzten Wagen nicht gepfressen. Oh, du kriegst auch hier immer diese Energie, Thermal-Energie. Guck mal hier, jetzt habe ich hier einen Laser-Rifle. Das hört sich doch gut an. Und endlich Schuss. Oh, 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 oh. Ach so, das Ding hat unendlich Schuss, was ich hier habe. Oh, wir sollten einen weitergehen, Tim. Das sieht nicht gut aus. Hier vorne sind noch Waffen, aber das ist ein Maschinengewehr. So, auf links kommt er wieder. Jetzt geht's wieder. Oh, oh. Wenn wir den nicht abwehren, frisst er gleich unseren Kompletten zu. Da ist er wieder. Oh, der kommt von vorne, von vorne. Ah, den haben wir abgewehrt. Gut. Jawohl, wir haben es geschafft. Jetzt kann es losgehen, ne? Hier ist ein Anzug drin. Hier ist irgendwo ein Scharfschütze. So geil, der hat die Jacke nur halb an. Die Ärmel fliegen immer hoch. Ich habe einen erwischt. Ich auch. So, jetzt habe ich mal eine richtige Wumme. Komm her, du Aschi. Wir sollen uns sammeln, wir müssen auf den... Oh, was kommt denn da oben? Guckt euch mal die Viecher an. Wo? Da oben. Was sind das denn für Tiere? Oh, sie kommen. Oh, oh. Exterminate the accurate, okay? Shit. Granate? Immer schön auf dem Kopf. Boah, was sind das denn für Viecher? Alter Schwede. Die sind ja ganz übel. Brenn doch nicht weg. Jetzt alle auf den drauf. Ja. Ja, da man. Oh, wir werden beschossen. Ach, so eine scheiß Drohne, oder was ist das da? Wir werden beschossen von dem Helikopter. Oh Mann. Das wird schwierig. Der Helikopter, der ist echt ein tierisches Problem. Ja. Also, wie sieht es munitionstechnisch bei euch aus? 828 Schuss, das war's. Hier ist oben einer auf dem Zug auf unserem. Chargschütze. Ich hab ihn. Ja. Aber von der anderen Seite werden wir noch beschossen. Okay, die Datenpunkte aktivieren, ne? Und schön aufladen, ne? Ja. Oh, da drüben ist ein Mac. Ich bin auf dem Weg. So, Freunde. Jetzt läuft hier was anderes ab. Ich hab so eine Drohne. Oben sind auch noch welche. Eine Drohne habe ich jetzt. Komm, wir rocken jetzt hier durch. Ich bleib hier auf dem linken Zug. Ich bin rechts auf dem Zug. Wer geht links? Ich geh links. Wir müssen uns jetzt beeilen. Hast du einen? Ich hab einen. Okay. Schnell aktivieren. Tim, du bist mit mir hier, ne? Ja. Wir müssen hoch zur Kanone. Wo ist das Viech? Schnell, ist an der Seite. Und ich lade jetzt die Kanone. Wo ist das Viech? Sie sind. Sie sind. Sie sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017